So, liebe Zuschauer, knapp 20 Jahre ist es her, da hat man, wenn man an Brüssel gedacht hat, noch nicht an Gurkennormen gedacht. Denn die sind inzwischen auch genormt. Und die neueste Idee aus Brüssel ist, dass Staubsauger mit mehr als 1600 Watt bald nicht mehr verkauft werden dürfen. Deswegen bieten wir Ihnen jetzt noch mal ganz schnell, kurz vor Tore Schluss, bevor die EU die nächste unsinnige Idee durchsetzt, bieten wir Ihnen jetzt noch mal einen 2200 Watt starken Staubsauger an. Denn je mehr Watt, umso mehr Leistung, umso entspannter saugen Sie und umso mehr, ja, haben Sie Freizeit und weniger Arbeitszeit. Das geht schneller. Genau, das ist das Thema. Und mit unserem ersten Sichler-Staubsauger mit noch offiziell erlaubten 2200 Watt haben Sie sogar die Option, beutellos oder mit Beutelstaub zu saugen. Und was mich völlig begeistert, ist der Preis. Denn wir haben das öfter schon mal thematisiert, wenn ich heute einen Angebotsstaubsauger kaufen will, dann liegen die alle so zwischen 60, 70, 80 Euro. Was die aber alle nicht haben, und das hat mich damals auch geärgert, genau, kein Teleskoprohr und noch nicht mal verchromt. Ja, denn das ist ein komplettes Metallrohr. Das ist nicht Plastik, da ist nicht ein bisschen Silber aufgesprüht, sondern das ist robust. Das heißt, es hält. Dann habe ich einen um 360 Grad drehbaren Schlauch. Das bedeutet, ich komme überall hin und die Rollentechnologie, die hier verbaut ist, nämlich auch wiederum 360 Grad drehbar, gewährleistet, dass dieser kleine Freund, so klein und leicht wie er ist, überall hingleitet und es keinerlei Einschränkung gibt, wie man das kennt. Wenn die Rolle vorne nicht gleichgängig ist, dann liegst du ganz schnell mit deinem Staubsauger gemeinsam auf der Nase und sagst, Mist, der Stand BMW kommt. Ja, kennen Sie ja vielleicht von Ihrem Staubsauger auch. Sobald Sie dann um eine Kurve fahren, kippt der um. Kann da nicht passieren. Übrigens, der Aktionsradius ist auch sehr weit, denn wir haben allein schon 5 Meter Kabel im Staubsauger integriert. Das heißt also, mit dem Schlauch und dem normalen Rohr haben Sie bis zu 8 Meter Radius, bei dem ich arbeiten kann. Finde ich auch gut, denn Steckdosen suchen ist dann auch nicht mehr so das Thema. Und vor allem können Sie damit wirklich alles bearbeiten, nicht nur die Bodenbeläge, unterschiedliche, also egal ob jetzt Parkett, Teppich, wir haben ja einiges mal für Sie vorbereitet, sondern natürlich auch, und das finde ich das Schöne, denn an der Unterseite ist das, was man meistens vergeblich sucht. Da unten sehen Sie es, sicher und gut verpackt, die Vorhangdüse, die Couch-Ecken-Aufsatzeinheit. Die Autositz-Fugendüse. Zum Beispiel. Und das Schöne ist, normalerweise, weißt du, bei vielen Staubsaugern ist die ja irgendwo so, dass du sie abnimmst und zum Beispiel in die Küchenschublade legen sollst. Da ist sie aber nach zwei Wochen nicht mehr, weil du nimmst sie ab, du bearbeitest die Couchkante, du saugst zwischen den Couchkissen und dann legst du sie irgendwo hin. Hier ist sie immer da, wo sie hingehört. Und dann können Sie natürlich noch unseren kleinen, ja, Sichler-Staubsauger mit 2200 Watt auch noch, ja, regeln. Das heißt, minimale Leistung, maximale Leistung und dazwischen auch noch W-Stufen. Das heißt, egal ob jetzt der Vorhang oder, 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 alles ist dann mit der richtigen Kraft versehen, um es auch wirklich perfekt sauber machen zu können. 39,95 für einen 2200 Watt starken Staubsauger. Und ich fange einfach mal an, Herr Kollege. Da muss ja sauber gemacht werden hier, ne? Der Carsten gibt ja Gas. Das Studio soll ja noch für die nächste Sendung auch wieder sauber sein. Jetzt gucken Sie sich das mal an. Wir haben unten die Fugendüse für glatte wie für Teppichböden mit dran. Und das Schöne ist auch hier, dass wenn Sie die Bürsten ausklappen, dann haben Sie im hinteren Teil des Bürstenkopfes eine durchgehende Gummilippe, die gerade auf glatten Fußböden wirklich alles aufnimmt, was Sie so saugen wollen. Und für 39,95 Euro kann man sich doch mal überlegen, ob man sich nicht diesen kleinen Luxus gönnt, für jedes Stockwerk einfach mal einen Staubsauger zu besorgen. Je älter man wird, desto lästiger ist diese Schlepperei. Und ganz ehrlich, für 39,95 Euro kann ich überhaupt nichts verkehrt machen. Denn wir haben insgesamt drei Filter hier in dem Gerät integriert. Auch das ist nicht normal, denn wenn sozusagen der Staub aufgesaugt ist, soll ja am Schluss hinten aus dem Staubsauger saubere Rohluft rauskommen. Und das tut es hier. Und für 39,95 Euro übrigens auch ein tolles Geschenk für alle die, die gerade in die erste Wohnung ziehen. Da gibt es ja immer das Thema, da braucht man dann Messer, da braucht man Küchenausstattung und natürlich auch einen Staubsauger. Und wissen Sie, was Sie sich rein sparen in dieser Sendung? Das wollen wir Ihnen jetzt mal zeigen, denn wir gehen jetzt mal auf pearl.de und gucken uns das mal an. So, und da kostet der Staubsauger 79,90 Euro. Und genau da sind wir wieder, Carsten, bei dem Preisbereich, den ich normalerweise als Angebot in dem Elektrofachmarkt kriege. Aber ganz bestimmt nicht für 39,95 Euro. Das bedeutet jetzt zugreifen, denn überlegen Sie mal, das lästige Schleppen des Staubsaugers, zum Beispiel im Einfamilienhaus vom unteren Bereich in den oberen Bereich, im Feld natürlich bei diesem Angebot, der 39,95 Euro heißt, Sie können sich jetzt einen zweiten und einen dritten überall hinstellen und das Schleppen entfällt. Zum Beispiel einen, ja, im Werkzeugbereich, da wo du normalerweise arbeitest, im Hobbykeller, ganz einfach aufstellen und saugen. Und das Schöne ist, nochmal, 2200 Watt gewährleisten, dass wir mit richtig viel Dampf um die Ecke kommen, mit richtig viel Kraft. Und das bedeutet, das, was Sie da sehen, das ist dann auch bei Ihnen möglich. Innerhalb von kürzester Zeit ist alles picobello sauber und sogar das, was der Albtraum einer jeden Hausfrau nach dem Kindergeburtstag ist, nämlich Konfetti, ist mal ratzfatz weg. Ich gucke gerade unserem Philipp zu, der uns nochmal so ein bisschen was hier auf den Teppich schmeißt. Warum sauge ich das extra weg, wenn Philipp da jetzt alles wieder hinmacht? Ja, wir haben ja noch mehr Staubsauger für Sie. Ganz interessant bei den Staubsauger ist, Sie können entweder handelsübliche Beutel verwenden oder einen sogenannten Permanentfilter. Und das ist eine ganz tolle Sache, dann spare ich mir nämlich auch noch Folgekosten. Finde ich sehr gut, denn wenn man sich heute die normalen Staubsaugerbeutel mal anguckt. Früher waren die aus Pappe, das wissen Sie noch, Papier. Heute sind die alle aus Kunststoff. Das heißt, ich schmeiße nicht nur den Staub weg, sondern wieder Kunststoff, der nachher dann irgendwo wieder, naja, auf einer Mülldeponie landet oder irgendwann einfach, ja, dann nicht mehr weiterverarbeitet werden kann. Und deswegen bieten wir Ihnen jetzt für 9,90 Euro, Dankeschön, diesen Permanentfilter an. Das ist eine ganz tolle Sache, denn der hat nochmal einen Filter integriert, den können Sie ganz einfach aufklappen. Und dann haben Sie ein sogenanntes Vierfiltersystem, denn drei Filter, ich habe es gerade gesagt, sind ja im normalen Staubsauger schon drin. Und dann habe ich hier den Vorteil, noch mit einem Filter, dass ich hier alles aufsaugen kann, gehe einmal zum Mülleimer, kipp das aus. Und wenn Sie den mal reinigen wollen, ist das auch überhaupt kein Problem. Das geht mit Spüli oder fließend Wasser und dann kann ich hier meinen Dauerfilter einsetzen. Der kostet normalerweise bei Pearl.de knapp 17 Euro. Jetzt 9,90 Euro. Denn wir möchten, dass Sie jetzt noch in der Lage sind, ja, zuzugreifen, sich noch einen richtig leistungsstarken 2200 Watt Staubsauger aus dem Hause Sichler sichern zu können. Spielen die eigentlich? Und das, ja, ich weiß auch nicht, Gurkennorm, Glühbirennorm, Staubsaugernorm. Jetzt allerdings, ja, einen richtig großartigen, leistungsstarken, robusten, gut verarbeiteten und vor allem leichtgängigen, denn er rollt wirklich ganz entspannt hinter Ihnen hier. Da brauchen Sie keine große Zugkraft aufzubauen. Der rollt wirklich wie von selber. Ganz einfach, 2200 Watt für 39,90 Euro. Dann noch das System dazu bestellen und dann sind die Staubsaugerbeutel, ja, Geschichte. Und das bedeutet, Sie können dann auf lange, lange Zeit ganz entspannt staubsaugen. Der Einsatz hat natürlich auch eine Bestellnummer und die können wir Ihnen nicht vorenthalten. Die NC 5680 und die 569 für diesen wunderschönen Beutelersatz. Und haben Sie schon mal geguckt, was derzeit Ihre aktuellen Staubsaugerbeutel kosten? 12,90 im Angebot, 19,90 für fünf Stück. Und da sagt der Hersteller, hey, diese Woche haben Sie Glück, Sie kriegen einen umsonst, sechs für fünf. Und dann haben Sie wieder 20 Euro ausgegeben für Kunststoff, der nachher auf der Mülldeponie landet. Das ist doch wesentlich praktischer. Und dann rechnen Sie sich mal hoch, wie viel Staubsaugerbeutel Sie im Jahr brauchen. Dann denke ich, 9,90 für die Investition einmalig ist wohl die weit bessere Ausgabe. Und es ist ganz einfach einzusetzen, einfach den Beutel rausnehmen, das System reinschieben, ohne Schrauben, ohne Hämmern, ohne irgendwas. Das geht kinderleicht und schon kann es losgehen. NC 5680 und die 569 ist nochmal die Bestellnummer. Und die wirklich wichtige Nummer, nämlich unsere Callcenter-Nummer, die sehen Sie da unten jetzt auch gerade eingeblendet. Aber wir sagen Sie natürlich gerne nochmal zweistimmig. 018 051 51 3 mal die 2. Ab 150 Euro kommt alles versandkostenfrei zu Ihnen. Und wir zeigen es Ihnen jetzt mal ganz einfach, wie das funktioniert. So easy. Abnehmen, Herr Engelmann, zack, rausklicken. So, ich übergebe an Sie. So, wunderschön. Dann machen wir ganz einfach den Staubsauger auf. Und dann kommt hier der Staubsaugerbeutel, in dem jetzt schon ordentlich was drin ist, den ich normalerweise wegschmeißen würde. Der kommt raus. Und dann klappe ich einfach nur hier die Halterung nach unten, setze hier genau den Filter in den Staubsauger ein, klappe zu, Affe tot nicht, aber auf jeden Fall kein Staubsaugerbeutel mehr, den ich hier irgendwie nachher wieder wegwerfen muss. Ich finde es eine tolle Lösung. Und vor allem, jetzt überlegen Sie mal, Sie kriegen für unter 50 Euro den Staubsauger und das beutellose System. Sag mal, da gibt es heute Hersteller, die wegen beutellos Riesentamtam machen. Da kriegst du einen Staubsauger dann für 400 Euro. Also, muss man wirklich nicht sein. Und nochmal, gucken Sie einfach mal bei Google nach. Geben Sie einfach mal ein EU-Staubsaugerverbot. Ja. Jetzt können Sie noch wirklich zugreifen. Und zwar 2200 Watt. Also den Staubsauger, der wirklich förmlich die Nägel aus dem Parkett saugt. Denn 2200 Watt ist richtig leistungsstark. Und das bedeutet, Sie sparen richtig Zeit. Sie sparen richtig Mühe. Denn je leistungsstarker der Staubsauger ist, ganz klar, umso einfacher ist natürlich das Saugen. Das ist aber natürlich noch lange nicht alles. Denn jetzt nehmen wir unseren Sichler hier mal zur Seite und wenden uns dem zweiten Gerät zu. Und da wird es jetzt sozusagen auch noch eine feuchte Angelegenheit. Denn jetzt wird nicht nur gesaugt, jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. So, erstes Thema beutellos. Finde ich eine super Sache. Stehe ich total dahinter. Finde ich auch wirklich gut. Denn ich schmeiße nachher nichts mehr weg, außer dem Dreck. Wenn sie sogar reimt. Jetzt kommen wir aber zu einem Sauger mit drei Wasserfiltern. Das heißt, sollte tatsächlich irgendwo mal was umgekippt sein. Eine Vase kippt um oder irgendwas. Da muss ich hier nicht ewig wieder mit Putzlumpen arbeiten. Sondern ich nehme einfach mal einen Staubsauger und sauge die Feuchtigkeit auf. Und das funktioniert auch ausnehmend gut. Ist er angesteckt? Wunderbar. Dann lieber doch mal Gas. Und jetzt machen Sie los. Denn ganz durch Zufall hat gerade hier unser kleiner Geist Philipp mal ein bisschen Feuchtigkeit verbreitet. Und das, zack, verschwindet natürlich im Handumdrehen. Und so sauge ich einfach mal Feuchtigkeit auf. Und es gibt ja in Baumärkten diese nass- und trocken-Staubsauger. Die kosten ja auch so 150, 200, 250 Euro. Schauen Sie mal. Das ganze Wasser ist hier schon in unserem. Beutellosen, und das ist ganz wichtig, Staubsauger drin. Das ganze Wasser ist weg. Und auch hier sind natürlich die passenden Aufsätze so dabei, dass sie auch immer griffbereit dabei sind. Und da sehen Sie es. Auch hier komme ich natürlich damit, Herr Engelmann sagt Autositz, ich sage Couchkante. Und hier natürlich Vorhänge und, und, und. Alle Aufsätze sind dabei, dass sie einfach richtig schön reinigen können und dass sie wirklich immer in der richtigen Position sind, zu sagen, ich arbeite und ich weiß ganz genau, wo auch mein Werkzeug ist. Es hält bombenfest an der richtigen Stelle reingedrückt und schon kann es losgehen. Feuchtigkeit aufzusaugen ist meiner Meinung nach die um Längen bessere Geschichte, als jetzt einen Lappen zu holen und zu feudeln und zu feudeln. Denn die Feuchtigkeit verschwindet. Dann bindet natürlich auch dieser kleine Freund durch eben die Feuchtigkeit, dann den Staub und das Ganze ist da drin und es kommt nirgendwo raus und das Ganze beutellos. Das finde ich einfach mal richtig praktisch. Und es ist natürlich auch wieder ein absolutes Qualitätsprodukt aus dem Hause Sichler. Und wo Sichler draufsteht, ist natürlich Leistung und auch Qualität drin. Er hat ein Dreifach-Filtersystem und Sie sehen es auch hier unten. Sogar hier ist ein Wasser-Auffangsbehälter drin. Das heißt, auch leichtere Stoffe werden hier natürlich noch mit gebunden. Es ist ein wirklich toller Sauger für ganz kleines Geld. Der kostet 49,50 Euro. Und das für einen Nass- und Trockensauger. Wissen Sie, was Sie sich hier rein sparen? Pearl.de sagt es Ihnen. Schauen wir mal. Aber da sehen Sie es, 69,90 Euro wäre an sich schon, weil darüber steht ja Stadt. Und das haben wir durchgestrichen. Die unverbindliche Preisempfehlung eben aus dem Hause Sichler. Aber jetzt ist TV Sonderpreis. Und wir beide haben uns gesagt mit dem ganzen Team, wenn wir Ihnen schon einen 2.200 Watt-Staubsauger kurz vor Toreschluss der EU für 39,90 Euro anbieten, dann möchten wir natürlich, dass Sie auch komplett, was die Reinigung Ihres Zuhauses angeht, auf der absolut sicheren und vor allem technisch gut ausgestatteten Seite sind. Deswegen haben wir gesagt, den, den bieten wir Ihnen gleich noch mit an. Und zwar auch zum absoluten TV-Sonderpreis, nämlich für 49,50 Euro. Und das sind 20 Euro billiger als bei Pearl. Übrigens, liebe Allergiker, gerade solche Staubsauger mit ein bisschen Wasser drin, die binden den Staub, die binden die Pollen, die auf dem Boden liegen. Also für Sie ist das eine ganz ideale Sache, zu Hause dann nicht wieder mit einem Nies-Konzert dann Staubsaugen zu müssen, sondern das wird alles hier drin im Vorfilter gebunden. Drei Filter sind insgesamt drin. Und so einfach geht heute Saugen. Und schauen Sie mal, unsere Fliesen sind schon wieder furztrocken. Trocken. Du solltest trocken sagen. Trocken. Furztrocken. Aber solange Philipp hier im Studio ist, weiß ich, dass bestimmt noch irgendwo sich Dreck verteilen wird, den wir garantiert noch aufsaugen. Weil da drüben ist es ja schon wieder so, wie es vorher aussah. Das heißt, da weiß ich, dass wir Gott sei Dank auch noch unseren Staubsauger-Roboter anbieten, der dann natürlich uns die Arbeit abnimmt. Aber Sie sehen es nicht nur nass, sondern auch trocken. Und jetzt gehe ich mal genau hier runter, um das zu zeigen. Wenn du mal ganz kurz anhältst, stell mal drauf. Jetzt gucken Sie mal. Das, was aufgesaugt wird, wird natürlich genau, wie Kai es gerade beschrieben hat, hier gebunden. Das heißt, alles verschwindet und ist dann auch wirklich weg und ist nicht irgendwie noch in der Atemluft. Denn ich bin nun mal Heuschnupfenallergiker. Ich fange auch bei Haustaub an zu niesen und ich sitze jetzt drüber. Und Sie sehen, ich rede ganz normal, ohne dass mir die Nase läuft. Das finde ich das Schöne, denn hier ist wirklich an alles gedacht worden. Egal ob nass oder trocken. Hier haben Sie dann natürlich auch den perfekten Staubsauger. So, und jetzt die Bestellnummer haben wir natürlich auch. Ja klar, wir geben bei Ihnen natürlich NC5742 und die 569. Aber genau der Effekt hier unten, der wird jetzt jedem Allergiker das Herz höher schlagen lassen. Schlagen Sie zu, das ist wirklich eine tolle Sache. Aber wir sind noch nicht am Ende. Denn wir haben noch mehr. Ja, wir kommen jetzt zum nächsten Staubsauger. Und der hat auch 2000 Watt. Und ich sage Ihnen eine Sache, das ist hier keine Zauberei. Schade, dass Sie jetzt den zauberhaften Rücken unseres Philips nicht sehen können. Denn da, wo wir gerade gesaugt haben, verteilt er jetzt schon wieder Dreck. Aber das hat natürlich einen Grund. Wir haben noch einen Staubsauger für Sie. Und zwar unseren Sichler-Beutellosen-Multizyklon-Staubsauger BLS200 mit 2000 Watt. Und der, der macht genau das, was Sie von einem Staubsauger erwarten. Jetzt liegt es nur an Ihnen, sich für die jeweilige Technik zu entscheiden. Entweder unseren 2 in 1 für 39,50. Den Nass- und Trockensauger für 49,50. Oder jetzt unseren Zyklon-Beutellon-Frei. Spart Geld, schont die Umwelt und hat natürlich auch 2000 Watt. Der entscheidende Vorteil ist, dass von diesen 2000 Watt auch vorne an der Saugdüse alles an Leistung ankommt. Denn diese Multizyklon-Staubsauger, es gibt ja einen amerikanischen Hersteller, der ist ja unbezahlbar. Wir haben eben den entscheidenden Vorteil, dass die durch ihre Zirkon-Technik, also eigentlich durch eine Technik wie ein Hurricane, die Luft perfekt reinsaugen, dass absolut in allen Filtern auch die kleinsten Teilchen gebunden werden. Und tatsächlich am Schluss vorne top Saugkraft ankommt. Und wie der saugt, hohohoho. Eben war es noch schön sauber, aber jetzt machen wir es wieder sauber. Und jetzt passen Sie mal auf, wir holen ihn noch mal ganz kurz nach vorne. Und ich gehe mal wieder wie als alter Sportkommentator hier nach unten. Jetzt saugt Kai genau das weg. Und jetzt gucken Sie bitte mal auf den Staubsauger. Hier sehen Sie das, was er gerade als Hurricane, als Tornado beschrieben hat. Und genau das passiert natürlich jetzt hier. Hier wird jetzt genauestens der Druck so aufgebaut, dass alles auch wirklich eingesogen wird. Und Sie sehen es, jedes einzelne dieser kleinen Popcorn-Elemente, die Philipp hier gerade verteilt hat, drehen sich und landen dann genau da, wo es hingehört. Nämlich im Staubsauger und nicht auf dem Fußboden. Und da können Sie sicher sein, dass hier innerhalb von kürzester Zeit alles weggesogen ist. Und ja, ich sehe es jetzt hinter der Kamera. Er guckt schon wieder. Das heißt, hier wird gleich noch mehr verteilt. Denn ja, damit macht natürlich das Arbeiten erstens richtig Spaß. Zweitens ist es richtig schnell. Und drittens ist es vor allem, gucken Sie mal, so schnell dann abzunehmen, um dann auszuleeren und weitersaugen zu können. Ist das nicht toll? Keine Beutel mehr. Und dann eben die neueste Multizyklon-Technologie, die Sie in anderer Stelle teuer bezahlen müssten. Übrigens hier oben auch noch ein HEPA-Filter integriert, ganz wichtig. Das heißt also, auch Feinststaub wird gebunden. Und hier sehen Sie es, da unten. Dann habe ich alles auch hier für Allergiker perfekt. Denn es kommt tatsächlich nachher an der Luft, die aus dem Staubsauger rauskommt, nur noch saubere Luft raus. Wirklich eine tolle Sache. Und ein doppeltes HEPA-Filter-System, denn einmal die HEPA-Filter hier drin und einmal als Endfilter garantiert, dass da eben nichts rauskommt. Übrigens auch hier finde ich ganz wichtig, Edelstahl-Teleskoprohr, tollen Griff obendran. Natürlich jederzeit, wenn Sie an Vorhängen mal saugen wollen, die Luftdüse, die zu öffnen ist hier oben. Kann ich also auch mit wesentlich weniger Dampf dann arbeiten. Und der liegt wirklich toll in der Hand. Klein, kompakt und für einen Preis, das ich tatsächlich gestaunt habe. Denn ich kenne so Multizyklon-Staubsauger nicht unter 350 Euro. Jetzt zu 85,41 Euro. Das ist unser TV-Sonderpreis. Und darüber sehen Sie den roten Balken. Und die Zeit, die ist jetzt wirklich bindend. Denn die Preise im Callcenter, die sind computergesteuert. Das bedeutet, Sie haben jetzt wirklich genau 120 Minuten Zeit, sich zu entscheiden. Und sich dann auch den passenden Staubsauger für Ihre Wünsche und für Ihre Bedürfnisse, je nachdem wie Sie saugen und reinigen wollen, zu sichern. Wir hatten den 2200 Watt Staubsauger, 21 beutellos oder mit Beutel für 39,50 Euro. Dann hatten wir unseren Nass- oder Trockenstaubsauger für 49. Und jetzt haben wir dieses High-End-Gerät für 85,41 Euro. Jetzt liegt es an Ihnen, sich zu entscheiden. Eine Sache ist völlig klar. Jetzt verlassen wir den aktiven Bereich. Und werden jetzt gleich mal uns den passiven Reinigungshilfen zuwenden. Denn da haben wir natürlich auch einige von Sie. Also für Sie, wenn Sie jetzt sagen, ja, selber saugen ist nicht mehr so meins, ich möchte gerne saugen und wischen lassen, haben wir da natürlich auch die passende Lösung für Sie. Aber noch mal, noch können Sie sich einen 2200 Watt, einen 2000 Watt Staubsauger natürlich sichern. Das sieht in kürzester Zeit anders aus, denn die EU hat gesagt, ist nicht mehr. Und wenn die das sagen, dann ist das leider so. Ich kann mich noch an die Hamsterkäufe erinnern, die ich selber getätigt habe, was die Glühbirnen angeht. Das sollten Sie jetzt, was den Staubsauger angeht, auch machen. 0180 51 51 3 mal die 2. So, das waren drei Staubsauger. Und jetzt geht es in den Roboterbereich. Wir lassen jetzt mal wischen. Wir lassen wischen. Stellen Sie sich das mal vor. Einfach gemütlich auf der Couch sitzen, zu gucken, wie gewischt wird zu Hause. Ohne jemanden, den ich bezahlen muss pro Stunde. Also, wir sind, Moment, jetzt ganz zu früh. Saugen wir. Saugen wir als erstes. Komm, wir gehen mal rüber. Saugen wir einfach mal. Denn das ist für mich, seitdem ich das habe, das Beste, was es gibt. Das Schöne ist, Sie sehen es auch hier. Da habe ich vorhin noch gesaugt und da hat unser Philipp einfach mal ganz frech wieder Dreck verteilt. Und bevor wir beide jetzt aktiv werden, lehnen wir uns einfach mal an diese schöne Blume an und sagen, wir lassen saugen. Denn wir reden jetzt auch wieder von einem Staubsaugerroboter aus dem Hause Sichler. Also ein absolutes Qualitätsprodukt. Es ist ein Staubsaugerroboter. Und der hat sogar noch eine UV-Funktion. Und er hat eine Autoladefunktion. All das. Denn es ist das, was wir früher, ich sage mal so, als wir klein waren, kannst du dich noch daran erinnern? Nummer 5 lebt. Das waren so die ersten Roboter, mit denen wir im Kino konfrontiert wurden. Damals war das, was Sie jetzt sehen, war Zukunftstechnologie. Und dieser kleine Freund, der hat es wirklich in sich. Denn ein Roboter, der macht alles von alleine und der macht alles von alleine. Jetzt stellen Sie sich doch mal vor, Sie nehmen sich jetzt ein einziges Mal noch 10 Minuten Zeit. So habe ich es nämlich genauso zu Hause gemacht und programmieren 7 Tage die Woche Ihren Staubsaugerroboter vor. Die Zeit, die Sie normalerweise zum Staubsaugen verwenden, die verwenden Sie jetzt, um sich mal schön gemütlich zu Hause hinzusetzen, Kaffee zu trinken, Erledigungen zu machen, vielleicht mal in den Shoppen zu gehen. Und der Kollege, der macht zu Hause alles tiptop. Den kann ich tatsächlich vorprogrammieren und zwar 7 Tage im Voraus. Das bleibt dann eingestellt. Sie können auch die Zeiten einprogrammieren, so habe ich es auch gemacht. Wenn ich um halb 12 aus dem Haus gehe, dann fängt er bei mir das Saugen an. Und das Tolle ist, ich muss nicht einmal in der Woche große Reine machen, sondern der macht das bei mir viermal die Woche. Und das funktioniert so toll. Carsten kennt ihn, der steht bei mir. Ich habe den weißen, den eins kleineren. Ich möchte nie wieder drauf verzichten. Was jetzt der Rote aber von uns hat, der Große, das ist gerade für glatte Böden eine ganz tolle Sarge. Zum Beispiel im Bad das UV-Licht, was du gerade angesprochen hast. Das tötet auch noch Keime und Viren. Das bedeutet also, sie haben hier auch nachher noch das saubere Gefühl im Bad, in der Gästetoilette, in ihrem Eingang, wo sie Fliesen haben, dass die tatsächlich eben auch noch Viren und Pollen frei sind. Sie sehen es an meinem strahlenden Gesicht. Das ist genau das, was wir Männer toll finden. Und ich kann Ihnen sagen, das ist das, was Frauen, also zum Beispiel bei mir zu Hause, als ich den mal mitgenommen habe, weil Kai gesagt hat, probier es doch mal aus. Es war das Endresultat, dass meine bessere Hälfte sagte, wow, das nimmt uns ja die Arbeit ab. Denn das, was Kai gerade gesagt hat, ist genau der Fall. Sie programmieren einen 7-Tage-Putzplan, entscheiden sich, wann wird welcher Raum geputzt. Durch die UV-Lampe, das kennen Sie, ja, werden Keime abgetötet. Das heißt, wenn Sie Haustiere haben, wie zum Beispiel Katzen, Hunde, all das, ja, bringt natürlich auch Keime von draußen mit rein. Aber die werden dann natürlich beseitigt. Er ist extrem flach und er saugt somit auch unter Betten, Schränken und, und, und. Und das Schönste ist, wenn er merkt, ich habe ein bisschen Durst, das heißt, wenn der Akku langsam, aber sicher zur Neige geht, dann fährt er auch mal selber zur Ladestation, die haben wir hier für Sie. Da parkt er dann komplett selbstständig ein und wird dann ganz einfach aufgeladen. Über diese beiden Kontakte funktioniert das. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, ich habe aber zum Beispiel Stufen bei mir in der Wohnung und, ach, naja, ich weiß jetzt nicht, dann fällt er da bestimmt runter. Dann haben wir da natürlich auch noch das Passende für Sie, nämlich Lichtschranken. Und das bedeutet, der kleine Sichler hier, der weiß genau, bis dahin fahre ich und nicht weiter. Dann ist noch ein Sensor dabei, das heißt, wenn er irgendwo gegenfährt, wie zum Beispiel ein Stuhl oder ein Möbelstück, dann weiß er genau, oh, bis hierher und nicht weiter. Da sind elf Sensoren vorne drin, die sogar Stauber kennen, deswegen sucht er sich hier auch so schnell seinen ganzen Dreck. Und wundern Sie sich nicht, wenn der wie ein Wilder durch die Wohnung gast, so macht er das im Zufallsprinzip. Am Schluss ist alles perfekt sauber, 90 Minuten Dauerleistung vom Akku funktionieren perfekt. In dreieinhalb Stunden an seiner Ladestation ist er dann wieder tipptopp aufgeladen. Und was Sie sich jetzt im Perl.de-Shop kaufen könnten, das wollen wir uns mal angucken. Denn der Preis bei Perl.de ist noch höher. 199,90 Euro, bei uns 189,91 Euro der TV-Sonderpreis. Und ganz ehrlich, beutellos auch hier wieder ein Riesenthema, denn ich brauche einfach bloß die Halbliter-Füllung hier rauszunehmen. Und die Technik, absolut toll. So, ich habe mich jetzt nochmal angemacht. So, jetzt sehen Sie es. Genau das ist der Punkt. Wir haben hier die kleinen Wischbürsten. Das heißt, die sorgen dafür, durch ihre Drehung, dass der Schmutz genau dahin verschwindet, wo Sie jetzt noch das letzte Stück Popcorn sehen. Da wird es eingesogen und die Rollentechnologie, gucken Sie mal, die ist sogar gefedert. Das heißt, da muss sich ja unser kleiner Sichler-Staubsaugeroboter nicht mal hinter den großen Geländewagen verstecken. Denn der fährt wirklich kontinuierlich dahin, wo er hin soll und macht dann auch wirklich klar Schiff. Und das bedeutet, hier haben Sie ein absolutes Hightech-Produkt zu einem einzigartigen Sonderpreis. Dem absoluten TV-Sonderpreis. Ich schwöre drauf, Herr Engelmann schwöre drauf. Und ich kann Ihnen eine Sache sagen, den sollten Sie sich zu dem Preis nicht entgehen lassen. NC 5725 und die 569 ist die Bestellnummer. Und da zeige ich Ihnen nochmal, das ist dann das, was drin ist. Und so einfach nehmen Sie es dann raus und können dann ganz sicher sein, dass auch hier der Tank immer so leer ist, dass alles an Dreck aufgesaugt werden kann. Also ganz ehrlich, vor zwei, drei Jahren haben Staubsaugerroboter noch zwischen 800 bis 1200 Euro gekostet. Da hat jeder gedacht, oh, wenn das mal irgendwann billiger wird. Namenhafte Hersteller haben heute immer noch Preise zwischen 600 bis 900 Euro. Dass wir Ihnen für unter 200 Euro einen echten Sichler anbieten können, das nenne ich echt mal eine Maßnahme. Denn jeder soll sowas haben können. Ja, wenn sich immer nur Menschen sowas leisten können, die viel Geld haben. Also ich finde es toll, dass wir das möglich machen, dass jeder sowas haben kann. Und ganz persönlich meine Meinung, die anderen müssten eigentlich auch 200 Euro kosten, weil der kann alles, was die anderen auch kann. Und der hat sogar noch ein UV-Licht. Und es ist ja ein namhafter Hersteller. Es ist einer der führenden Hersteller, was eben unsere Haushaltsgeräte angeht. Und da können wir sicher sein, dass sie mit diesem Gerät immer auf der sicheren Seite sind. Wir waren vorhin schon ein bisschen übereifrig, denn das Thema Wischen... Ich war übereifrig. Du war, ja gut, mitgehangen, mitgefangen. Also Wischen an sich ist ja der Albtraum eines jeden Mannes. Ich kenne das. Du sitzt dann, ich stelle das mal ganz kurz nach, auf den Knien. So, jetzt ist was ausgelaufen und du sagst, ich kriege das ganz schnell weg. Und dann sitzt du mit deinem Haushaltstuch und verschlimmbesserst es. Es wird immer mehr. Es wird streifig. Und du kommst nach Hause und sagst, hätte ich das vorhin mal ordentlich weggemacht. Weil du guckst immer wieder an dieselbe Stelle. Und da haben wir gesagt, wir bieten Ihnen jetzt die ultimative Lösung dieses Problems an. Denn, warte doch mal ganz kurz. Sie sehen es, das ist so ein Spielzeug von uns. Wir mögen es total. Denn der macht bei uns die Redaktionsräume sauber. Und das ist so kinderleicht. Sie müssen nur einen Knopf drücken. Und den Rest macht dieser kleine Sichler-Wischroboter von ganz alleine. Und jetzt darfst du so, Bart wischen. Ja. Dann fährt er los. Und dann wendet er und fährt wieder los. Und das ist das Schöne. Alles das, was früher mühsame Schwerstarbeit war, nämlich Wischen, den Flur zum Beispiel wischen, all das, das ist jetzt Geschichte. Sie gehen aus dem Haus, sie drücken nur auf den Knopf, so wie Kai Engelmann das gerade gemacht hat. Und der kleine Sichler macht den Rest. Und wir erwischen uns immer wieder dabei, wenn er durch die Redaktionsräume fährt. Und da zeigen wir Ihnen auch gleich nochmal einen Film, wie er bei uns da rumfährt. Denn wir haben schöne schwarze Steinfliesen auf dem Fußboden. Und das ist wirklich ganz schön, ja, pflegeintensiv eigentlich. Und da sehen Sie es. Einfach das Tuch auflegen und dann fährt er los. Und es ist immer wieder ein Heidenspaß. Wir erwischen uns immer wieder dabei, wenn wir sitzen und irgendwie die nächsten Sendungen besprechen, dass plötzlich einer anfängt zu juchzen und zu lächeln und die Füße hochhebt, weil dann kommt er angefahren und macht genau das, was er jetzt gerade hier macht, nämlich erwischt. Und das bedeutet, Sie kommen nach Hause und zum Beispiel Ihr Flur, Ihr Wohnzimmer, Ihr Badezimmer, er ist gewischt. Also waren da keine Einzelmännchen, sondern unser Wischroboter. Der kann übrigens nass und trocken wischen. Sie kriegen ja jederzeit die antistatischen Tücher bei uns nach, sowie auch das Nass-Mikrofaser-Wischtuch. Und das wird einfach unten an unserem Wischroboter festgemacht. Und dann kann ich hier jederzeit Nässe aufwischen. Jetzt schauen Sie sich das Ergebnis mal an. Das ist alles tiptop trocken und sauber. Und wie gesagt, auch mal über Laminat, über Parkett mal trocken drüber gehen, wenn ich geölte Oberflächen habe zum Beispiel, ist überhaupt kein Problem. So einfach geht das heute. Jetzt kommt aber der Preis und da ist es ein absoluter Knaller. Überleg mal, für 28,41 Euro ein Wischroboter, der genau das macht, was er hier gerade Ihnen vorführt. Nämlich das aufzuwischen, was Sie definitiv nicht haben wollen. Staub, Feuchtigkeit, all das verschwindet für 28,41 Euro. Sie sehen es hier jetzt im Film. Gucken Sie mal, er fährt ganz leicht mit seinem Sensor, merkt er, oh Gott, nee, bis hier und nicht weiter. Dann dreht er um und fährt wieder zurück und er sucht sich somit komplett seine Bahn. Er ist so dünn und so flach, dass er unter Schränke, unter Betten, er kommt überall drunter. Da sehen Sie es unter unseren Schreibtischen, wird genau das gemacht, was Sie hier jetzt gerade auch im Studio sehen. Es wird gewischt und das Ganze für 28,41 Euro. Ich finde das so cool. Schauen Sie sich das mal an. Da macht beim Zugucken Spaß. Das finde ich so toll und ich weiß, es ist nachher alles erledigt. Also Carsten und ich werden jetzt hier noch ein paar Minütchen sitzen und uns das Endergebnis dann. Aber wer macht den Kram weg, den Philipp nochmal verteilt hat? Achso, ja, das macht er in der Staubsauger, Roboter. Dann machen wir den an und wir sagen eins, 28,41 Euro ist jetzt ein absolutes traumhaftes Angebot, denn das wischt für Sie und Sie sind dann nur noch Zuschauer. !